... wird in den Menschen den Medien als Unterstützer von autorisierten Verschieben geläumdet. Wir polarisieren uns jedoch mit den Menschen in Syrien und Iran, nicht mit den dortigen Herrschern. Veränderung hin zu mehr Demokratie und zu sozialer Gerechtigkeit kann nur von innen kommen, im Widerstand gegen die Diktatoren. Deshalb müssen wir uns gegen jede imperialistische Militärintervention stellen und den Kampf linker und fortschrittlicher Kräfte...